Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Final Fantasy 9. Ja, wir sind ganz in der Nähe von Kuya, vom letzten Kampf dieses Spiels. Geschichtlich gesehen und ich würde sagen, wir machen gleich weiter. Was hast du denn, Zitane? Hat mich gerade jemand gerufen? Nein, es hat niemand etwas gesagt. Komisch, mir war doch echt so, als hätte jemand meinen Namen gerufen. Bist du dir da auch sicher, mein Bester? Vielleicht solltest du dich ausruhen. Es könnte sein, dass du vielleicht im Kopf nicht alle Tassen beisammen hast. Ich habe es ganz deutlich gehört. Da, jetzt habe ich es schon wieder gehört. Ja, Zitane spinnt, wir hören nämlich auch nichts. Hm, meine Ohren konnten nichts vernehmen. Zitane, kannst du mich hören? Doch, nicht etwa galant. Nur du kannst jetzt meine Stimme wahrnehmen. Spuck es aus, galant. Wo in aller Welt sind wir hier? Dies ist der Ort der Erinnerung. Der Erinnerung? So ist es. Diesen Ort habt ihr aus euren eigenen Erinnerungen geschaffen. Und dies ist der Ort, an dem ihr die gesamte Wahrheit erfahren sollt. Nun geht euren Weg, wenn ihr die Wahrheit wirklich erfahren wollt. Was soll, was soll das wieder heißen? Dreckverdamter. Mist. Zitane, was war denn? Ihr konntet ihn nicht hören, habe ich recht. Verstehe. Gerade eben hat galant zu mir gesprochen. Hat was gelabert, dass dies der Ort sei, den wir uns, den wir aus unseren Erinnerungen geschaffen hätten. Aber das war dann auch schon alles. Viel schlauer sind wir jetzt nicht. Aber wir können eh nicht viel tun. Viel mehr tun, vor allem, weil es den Weg nehmen, der sich hier vor uns erstreckt. Ort der Erinnerungen. Hier waren doch... Ja, die Gruppe passt mir eigentlich so. Ja, die Gruppe passt mir so. Hier sollen die vier Gegner sein, glaube ich. Ort der Erinnerung hieß das, glaube ich, glaube ich, glaube ich. Die vier Gegner, die ich noch besiegen wollte, wo man Mindest Level 90 haben sollte. Das wird jetzt ganz schön spannend. Was haben wir denn da? Zurück zu Invincible. Kann man sich dort heilen? Ich sag mal ja. Hä? Warum sollen jetzt meine Leute weg... Warum ist meine Gruppe aufgelöst gewesen? Ich wollte mich jetzt eigentlich nur heilen tun. Aber... Äh, warte. Dann muss man es eben so machen, ne? Da kommt man wohl nur aus der Luft hin. Ja, ja, schon klar. Ich will ja auch nur mich heilen tun. So, Servus. Zelten, bitte. Haben wir auch schon bald keine mehr. Können wir jederzeit was kaufen. Okay, dann kann ich doch nochmal speichern. Ah, sehr schön. Ja, nochmal auf den Reservespielstand sogar. Auf den da meine ich. Kann ich sogar nochmal drauf klatschen. Dann sparen wir uns nämlich den Kampf gegen den Kaiserdrachen. So. Äh. Nein. Ich will noch hier drüber, also drauf, drauf und drüber sperren. Drumherum sowieso. Äh. Da. Für den Fall der Fälle, dass ich trainieren gehen muss. Ich hab echt ein dummes Gefühl. Äh. Warte, was machst du denn? Schon wieder mit die Finger verrutscht. Verrutscht. Und rein da. Und rein da. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Na? Äh. So. Genau. Nochmal rein da. Okay. Hier sollen, glaube ich, Mord der Erinnerungen, hieß der. Das sollen nämlich vier besondere Gegner sein. Die sind aber richtig, richtig stark. Ich habe keine Ahnung, ob wir die schaffen, um zu hauen. Auf jeden Fall sollen die, glaube ich... Ach, ich weiß es nicht. Wir werden sie erleben. Das bist du schon wieder, finde ich. Ah, super. Jetzt war ich der Ernst. Ja, gut. So geht's auch. Ah, Dreck. Die Kugel ist auch zum Speichern und zum Genießen werden. Na, großartig. So. Der Ort der Erinnerungen. Was ist das für ein komischer Raum? Okay, da müssen wir... Geht nur so rauf. Da ist auch nichts versteckt. So. Jetzt haben wir einen Gegner. Ein Kämpfelein. Wie schön. Da können wir noch ordentlich trainieren. Ah, was kommt in diese Kugel? Drei Kugel hat uns gesagt. Plus ein Schwänzelein. Wie beißen könnte. Blitzschlag. Ja, das wird für ein glatter Schlag. Da hat man schon vollkommen. Eine Chimera. Ist das, ne? Teilen. Eine kleine Heilung. Maximal. Stifizien. Wir werden mit Feuiga mal probiert, um jetzt nicht zu bekämpfen. Doxid-Atem. Dann könnte man eventuell wieder diesen Virus haben. Ach, schütz. Not der Träger. Chimera. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Gar nicht, schtippenst. Wollahau. Sauber. Aha. Wie, Aiko. Mit was kann man denn jetzt auftauchen? Ich... Ich... Ich habe keine Ahnung. Ich würde wissen, bitte, meine... Nein, nein, nein. Mit allen Heilmitteln, wollte ich sagen. Ah, verkehrt. Allen Heilmitteln. Ich würde wissen, einfach mal. Keine Ahnung, ob das geht. Wirre Tilga. Uff. Gewaltiger Schock. Zerstört alles. Was ist denn der Chimita? Du bist. Ähm. Feuiga. Äh, der Engelerz. Ach, ist doch ganz schön stark. Da können wir ordentlich was überwachen. Wzig. Wow. Ist doch ganz sinnvoll. Abgeschlagen ist eh klar. Vielleicht grifft es den Blitzschlag. Ach, wie, wie, war klar. Das ist wieder echt richtig besch... Verstehst du? Mit Sch. So. Wo ist das hier jetzt mal hin? Das gibt ja nicht. Der lebt immer noch. So. Ähm. Verfehlt, ja. Also, warte. Jetzt machen wir das Lichtplatz. Ich hoffe, ich halte. Die halten was aus. Sie gefallen. Was ist wieder eingeflochen? Der steht halt auf Frischfleisch. Der flieht alles ein, ne? Jetzt ist er mal hin. Na supi. Ich hoffe, Sterne kriegt noch was an. Ja, sehr gut. Jetzt Engel erlernt. Bravo. Wup, wup, wup. Zweimal Level Up. Einmal Ico. Einmal Vivi. Und das dritte Mal sogar, wup, 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 für den Steiner. Bravo. Oh, die geben schon ordentlich, ne? Nesson, ne? Haha. Sauber. Da können wir, ja. Da geht was. So, Silphilte. Was Besseres ist nur noch der Priesterstab. Wo wir sagen, können wir jeder mal geben, oder? Hutmäßig. Einmal was Besseres als die Baskin-Bütze. Ich ziehe das einfach an. Das ist mir jetzt gleich. Drago Megere. So, glaube ich. Ich gebe ja auch das, weil das doch auch ein bisschen besser ist. Das braucht sie noch. Refleckring braucht sie nicht mehr. Gibt es sonst noch was, was das Bäuschen gerne kann? Ja. Englisch-Uhrring. MP plus 20. Ja, okay. So. Ist das okay? Äh, Vivi, da hat noch zu lernen, ne? Und Käppchen, da wird's auch nicht besser, ne? Na. Pistallabreif, da wird's auch nicht besser, ne? Nehme ich an. Selbe die Kraftkittel da. Nein. Und Springerstiefel, das hat man auch. Schau mal, da wird auch nichts besser. Oh doch, schau mal. Da. Der Refleck. Passt, er lernt's. Kriegt er. Der gute Steiner braucht, glaube ich, noch, ne? Waffentechnisch. Ist da sonst nix? Bah. Krass, echt. Echt krass. Nö. Aber die würden halt wirklich, ja, die, ja, okay, viel pusht's auch nicht auf. Na, dann lassen wir's so. Dann lassen wir das einfach so. Boah, die hauen ganz schön böse rein. Muss ich echt sagen. Ich muss echt sagen, dass ich kein Funkel einsetze. Das geht gar nicht. Das ist echt, die sind boshaft. Ich sollte vielleicht auch nicht allzu weit weglaufen. Halt. Da war grad was, oder? Hä? Da, halt. Warte, du musst dir aber genau hinstellen. Hä? Was? Wo ist denn das jetzt hin? Wie geht denn das? Hä? Jetzt. Richtschwert. Eine Errungenschaft freigeschalten. Sehr schön. Ich glaube, Richtschwert. Das hört sich nach Steine an, oder? Na? Richtschwert. Etwa Zitane? Tatsächlich. Bisschen stärker ist es schon, ne? Dann nehmen wir doch das mal. Ah, juhu. Ohlala. Ist das jetzt überall so schwer versteckt? Äh, jah. Äh, jah. Das ist mir nicht so, was ich übersehen habe. Oje, oje. Oje. Das ist mir nicht da, was ich übersehen habe. Da muss ich nochmal durchschauen, genau. Da kriegt doch jeder seine besseren Waffentier, ne, sozusagen. Ui, das wird gleich eine schöne Sucherei. Was? Ein Hinterhalt? Na prima. Oh, der Schwert ist schön. Nicht Schwert. Boah, das ist so schön. Schön ist das. Wir rufen Karfenkel. Das kann ich halt leider dabei nicht heilen. Aber das muss man halt eben jetzt gerade mal in Kauf nehmen. Jo, freilich. Du Gratler. So, wie ist es gern? Ba-bam, ba-bam, ba-bam. Rutsch. Okay, bei dem nichts gut Karfunk einsetzt. Gar nichts gut. Karfunk wird böse. Oh. Dann tue ich doch gar nichts. Hör denn den guten Baden? Nein. Boah, ich hab' sie. Boah, ich hab' sie. Boah, ich hab' sie jetzt. Boah, ich hab' sie jetzt. Der Kerl hält aber was aus, das will ich ja schaffen. Boah, ich hab' sie. Boah, ich hab' sie. Ach, ist so schön. Was sauer. Ba-ra-ra-ba-bam. Fein gemacht, lieber Bibi. Sehr brav. Und, gibt's den der Blub? Zitane vielleicht? Nein. Boah, zwei Phönixpferden bekommen. Ah, nicht schlecht. Boah, ey, das geht ganz schön. Das ist ganz schön heftig, ne? Ich muss mal kurz runter. Ich hoffe, das geht sich aus. Und, oi, da wär's vielleicht gut, wie die gute Alkohol heilen tut. Kurz mal. So. Passt. So. Warte, da muss ich suchen. Da kann überall schon was versteckt sein, ne? Ha. Ha-ha. Kein's Lanze. Kirschblütensturm. Ich glaub, das ist was für die gute Freya. Wow. Okay. Kämpfen. Alles klar. Hab' ich nicht schon was übersehen. Ja, 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 ja. Böse Zocki. Ist ja nicht zu fast. Heilige Matriose-Fan. Da ist wieder gut, Karifinkel zu benutzen. Ihr Blaue. Wir kämpfen. Wo schneiden wir nicht? Pio? Ich glaube, ich bin Pio. Mobilplatz. Wee. Hallöchen. Ich bin kleines Karifunkel. Und ich mach euch Schützertum. Ja. Jetzt kann er schon kommen, wenn ich schießen. Jawohl. Vakzinschützertum. Kommen wir doch noch. Wie? Äh, ich denke mal... Oh, ich bin ganz schön klein. Es soll nicht mehr sein. Ich kann ganz klein. Die werden auch abwebieren. Auflaue entdecken. Da ist ja im Maragon schon kaputt gewesen. Da kann er schon super klasse, äh, im Wehregener hin. Für alle meine Freunde. Ich würde sagen Feuer. Voila, hau! Muss man auch nicht, wie das wirklich geht, oder? Schutz, ja! Frost- und Blutschutz. Ich verstehe schon. Ich muss schauen, dass das zu gut ist. Ähm, die Talente, ne? Da sind wir von dem Schmarr geschützt. Virentilger! Ja, das hat ja viel gebracht. Ja, das hat ja viel gebracht. Schutz! Diebstahl viel geschlagen. Voila, hau! Ja, das hat ja auch schon wieder. Das ist echt gemein. Wer fehlt? Zitane, ich glaub, der macht mal normalen Angriff. Ich hoffe, das kommt dann da. Ja, weit auf Abwehr geht da mal besser. Boah, da kann man schon trainieren. Wenn man die kleinen Viecher da da nicht einmal an Bäsin könnte, haben wir gegen Kuh ja keine Chance. Glaub ich nicht. Also ohne größeren Aufwand die Kerle da Bäsin, meine ich ja. Bum, 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 bum. Rump, bum, bum. Oh na, Mimi hat die vier Dings. Ach, scheiße. Wir haben das. Jawoll. Einmal Zitane, einmal Steiner, zweimal Level Up. Sehr schön. Jo. Schnell, schnell und schnell. Scheiße. Das war nicht gut. Zocki, das war nicht gut. Böses Mädchen. Ja, ich weiß. Tut mir leid. So. Hallo. Ich möchte gerne zelten. Solange wir noch Zelte haben. Weil, wenn wir sie nicht mehr haben, dann muss ich kaufen tun. Verstehen? Nehme ich zurück in den Shop. Äh. Warte mal ganz kurz. Reicht der jetzt schon einmal? Neh. Keine Chance. Nochmal zelten, bitte. Allein das Mana regeneriert sich gar nicht mehr so stark. So. Und weil es so gut lief. Speichern. Wir haben auch schon zwei tolle Waffen gefunden. Steckplatz 1 nehmen wir. Jawohl. Äh. Da darf ich drauf klatschen. Jawohl. Da darf ich drauf speichern. So. Dann gehen wir es weiter an, ne? Boah. Da muss ich echt wahnsinnig aufpassen. Puh. Geht's da noch irgendwo? Vorbei? Was ist das fies? Jaja. Schau mal. Hä? Äh. Was? Kartenspiel? Das ewige Phantom. Ich bin der Geist eines verstorbenen Kartenmeisters, der dazu verdammt ist, ewig auf Erden zu wandeln. Bist du bereit gegen mich im Kartenduell anzutreten? Okay. Das ewige, wie amüsant. Möge also der Bessere gewinnen. Ich bin's sicher nicht. Speichert Hammer. Ich habe keine Ahnung, ob man da was kriegt. Müsst du mir kurz verzeihen? Ah ja, genau so war das. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß das nicht. Wo sind denn die starken Karten? Ich habe keine Ahnung, was da gescheit ist. Wie sieht es mir sowas überhaupt? Oder ein Mühe? Puh. 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 Ich habe keine Ahnung, was da gescheit ist. Puh. 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 Die vielleicht. Die vielleicht. Die vielleicht. Was bist du? Da schaut die vielleicht nicht so schlecht aus. Ich habe keine Ahnung. Ah, die werden verrecken wahrscheinlich. So was vielleicht noch? Ja? Pfui rauf. Wir sind amüsant. Ah, ja. Wir fangen an. Schön. Ich würde nicht sagen so. Ja, das war so klar. Ähm. Bambambam. 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 Ja. Verschleicht ich. Äh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bambambam. Hm. Vielleicht die? Scheißen, Dreck! Wow, ist das geschissen. Ah, falsch. Ich habe vergessen, dass die unten nichts hat. No! Scheiße. Ich weiß die Karten nicht einmal auswendig. Geh, kack. Das heißt, das Libellen-Ding wäre eigentlich stark gewesen. Dreck, kurz sind die Dürken. Ich habe jetzt kurz im Fix noch mal. Das ist vielleicht. Ha, na, falsch. Ganz schön, Dürken. Voll verdrückt jetzt wieder einmal. So, weg damit. Weg damit. So, durchschauen wollte ich. Wäre das so oder so, ne? Der war timid. Scheiße. Wah. Schon wieder verdrückt. Ja, da passt es dir am besten. Für mich rast die noch. Oh Gott, das will. Ja! Keine Ahnung, ob wir eine Waffe kriegen. Ich hoffe es doch sehr. Boah, ey, wie schlecht. Die, da, 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 das war gut. Meine Gatte da. Meine Gatte da. Meine Gatte gut. Das war gut. Das war sehr gut. Das war sehr gut. Das war sehr gut. Ich glaube, wir haben gewonnen. Ja! 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 Ich glaube, wir haben gewonnen. Ich glaube, wir haben gewonnen. Ich glaube, wir haben gewonnen, dass wir dann ein weißes, 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 weißes Waffe kriegen. Das war gut. Einmal Refleck. Ja! Das heißt, Magie ist nix gut. Das heißt, normaler Angriff. Ja. Hm, hm. Tod. Wer fehlt, du Sacklepiker. Nur. Ha, ha, ha. Es, Magie hilft uns leider gar nix, der Thomas. Sammel. Dann drücken wir dann den Schwertelein. So, die Spitze, etc. Und aus. Und wenn wir dann immer fertig. Wer hat die Schwerte? Das ist ja gerade das los. Ich weiß nicht, ob der Bestia geht. Das Fisch war jetzt hinten. Ha, 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 ha. Ha, ha. Ah, schön. So. Jawohl. Wuhwuhwuh. Bleib ab erreicht. Und ein bisschen Lazzoli und High-Potion bekommen und ein bisschen Gel. Einmal so gern. Da ist nix. Jetzt. Das ist echt... Das ist ja schon eine Gemeinheit. Da auch nicht? Die und so was? Schaut ja so verdächtig aus, oder? Ich glaube, ne, noch nicht. Jawohl. Das war so klar hier. Ah, du Schwing. Schneesturm, ha? Ja sicher. Der Arme wie mir. Blödest du. Wusch. Zack. Und Reflekt. Aha. So, und jetzt macht's den Plan. Bitte meine Herren. Aha, vor allem. Stopp, alles sicher. Ha, ha. Nichts, da will ich tausen. So, perfekt. Da, 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 da. Immer Regina, Erlehrt. Supersteiner. Fein, 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 fein. So, aber anlegen technisch sind wir bei dir jetzt glaube ich auch. Warte, was war denn das überhaupt? Gut. Immer Regina, Karabin, da, 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 da. Naja. Da sind wir jetzt leider auch fertig. Ability. Drei Stück. Kann die gute Eiko da was brauchen? Ne, Autopoach nehm ich nicht, nein. Okay. Dann nicht. Boah, diese Waffensucherei, ne? Das ist eine echte Frage, wo quasi in jedem Raum was sein kann, ob's mehr gibt, ob's weniger gibt. Und wenn, dann wäre hier eben Zitanes Waffe, der müsste im nächsten Raum was sein, ne? Ui, jetzt haben wir Vorteil. Wupp, ah, ah. Wir greifen da nicht scheiß, was auf die Spitze momentan. So. Jetzt sieht ein Englischwert aus. Was ist das aus? Na, Mann. Mhm. War ordentlich. Und da ist er. Sauber gemacht. Und der Part ist zu Ende. Und gibt's Level Up für Steiner, glaub ich? Jawoll. Wupp, wupp. Level Up für Steiner. Supi. Zwei Phönix-Federn und ein bisschen Gild. Sehr gut. Ach, ja. So. Passt. Glaub ich. So. Nächster Raum, sozusagen. Na gut, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.